ich habe mich dazu entschlossen mal wieder einen kleinen schärfeausflug zu machen mit dieser neuen challenge oder was heißt neu ist ja schon was älter aber haben ja jetzt nur mal viele gemacht diesen angeblich schärfsten chip der welt für mich reine marketing strategie man bezahlt hier für einen einzigen chip oder eher gesagt tortilla müsste das sein knapp 9 euro ja der ist bestimmt millionär geworden dieser komische hersteller aber ich werde mich dem annehmen und ja wenn ihr das sehen wollt immer schön das video teilen und leiten ab einer gewissen anzahl diese ich hier nicht für nenne gibt es die challenge